guten morgen alle zusammen heute ist es wieder soweit wir kleben ein weiteres dekor ihr seht die pforte ist offen ich habe ein wenig feuchtigkeit von dem kia da hinten bei mir in der garage da steht bärbel und chantal bei chantal fehlen immer noch teile bärbel muss nur wieder befüllt werden kamera equipment steht auch schon check alles gut lichterlofen alles bereit für den werten herren der jetzt hoffentlich bald mal kommt ihr wollt bestimmt sein dekor mal sehen wie es aussieht das ist so ein camouflage das wollte er so ich bin gespannt wie es nachher aussieht natürlich ist auch werbung mit drauf muss ich jetzt warten bis es nachher beklebt ist sonst würde ich spoilern und dann würden ja von 100 prozent zuschauern nur noch zehn prozent weiter gucken also in diesem sinne bleibt dran guckt es euch an mein baby da müsst ihr eigentlich gleich ja ich höre ihn schon da kommt ein bmw und guckt mal was da hinten drauf steht schönes gerät oder sehr schön gucken wir mal wieder aufsteigt hey dich kenn ich doch hast du denn heute einen termin sag mal so wie ihr uns schwer erkennen könnt steht sie jetzt drin baustrahler läuft wieder wir heizen jetzt erstmal alles auf damit wir eine vernünftige temperatur haben und dann würde ich sagen geht's los ich bin gespannt wie es aussieht später die felgen gefallen mir schon sehr gut mal gucken ob er die seien bei behält und der neckenlenker ist auch geil sehr schön ja für alle die es noch nicht erkannt haben eine arcticatt x 700 max kommt auch und schmeckt ja super du hast mich gut schöne ding so jetzt haben wir die garage erstmal auf und dann machen wir die alten aufkleber ab und dann geht's weiter bis gleich und dann geht's und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020